But you wake me up I was just a sleepwalker You wake me up Was just a never sleepwalker Hallo Freunde und willkommen zurück hier zu Deponia Wir sind gerade im Stadtkern von Kuwak und wir gehen jetzt die Gebäude nacheinander ab Zuerst mal geht's ins Rathaus Hör mal der Reihe nach Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet Ich trage die Verantwortung für sie Na, der Versuch, Kumpel Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet In meiner kommt sogar ein Drache vor Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer Wie alle anderen auch Na gut Nummer 66 Fast schon meine Glückszahl Ja, aber ich glaube, da wird wahrscheinlich noch eine 6 fehlen Ich hasse Schlangen Mickey, Gonze und Lobo Wahrscheinlich Lobo-Tomie Diese schwarzen Bretter sind so praktisch Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen Und wisst ihr, was das Beste an diesem Screen ist? Der wirklich wunderschöne Mann dort oben in der Ecke Ja, jetzt sind wir endlich im Rathaus Und damit bei einem Charakter Der hat im Prinzip von Anfang an Eigentlich nur als so ein kleiner Nebencharakter gedacht war Und auch sehr stark noch immer in der finalen Version In der schönen, in Anführungszeichen Schön durchanimierten Fassung Halt immer noch sehr stark an mein sehr grobes Skribbel erinnert Das ich als Briefing quasi schon mal in den Raum reingezeichnet hatte Und das ist Lottie Wunderbar vertont von dem begabten Daniel Wellbart Ja, ich selbst hatte ehrlich gesagt Weil Lottie ist halt wirklich schon eine Randfigur gewesen bei Deponia Und auch, dass sie später nochmal wieder auftaucht Das, so viel darf ich vielleicht schon mal vorweggreifen In einem der späteren Teile War nicht von Anfang an geplant Und keine Ahnung, warum gerade dieser Charakter Halt so viel Anklang gefunden hat Und das tatsächlich nicht nur bei Leuten Die sich halt irgendwie über YouTube Bei Let's Plays halt irgendwie informiert haben Und zuckersüß fanden Wie sich unser Lieblings-Let's Player Gronkh halt in Lottie verliebt hat Das war sehr entzückend Sondern eben auch tatsächlich in der Presse Und auch in der internationalen Presse Ist Lottie halt zumindest immer aufgefallen Und ich weiß tatsächlich Erinnere ich noch Dass ich eine Mail sehr, sehr lange beantwortet habe Da habe ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Mühe genommen Von einem aufgebrachten Kunden Der tatsächlich ungehalten darüber war Dass wir uns in Deponia über transsexuelle Neigungen lustig machen Mit dem Charakter Lottie nämlich Und das fand ich, das hat mich halt irgendwie gestört Weil Lottie ist ja eigentlich Auch wenn das ihr Falcetto zugegebenermaßen klischeehaft übertrieben ist Ist sie ja selbst gar kein lächerlicher Charakter Sondern der lächerliche Charakter Ist ja immer der Rufus Und die Leute sind halt eigentlich alle Opfer von Rufus Und besonders schön ist Dass tatsächlich aber auch Rufus halt überhaupt keine Zumindest keine normalen Herkömmlichen Vorurteile oder Intoleranzen hat Ihn stören an Charakteren immer ganz andere Sachen Als es halt herkömmliche Idioten tun Ja, denn herkömmliche Idioten Zeichnen sich ja tatsächlich durch eine gewisse Intoleranz aus Rufus ist aber ein ganz besonderer Idiot Ein Idiot der speziellen Art Und der hat eigentlich eine sehr liberale Art der Intoleranz Und zwar findet er alle anderen Leute dämlich Und deswegen ist er in dieser Hinsicht eigentlich Sehr, sehr liberal Er behandelt eigentlich alle gleich Er behandelt alle ziemlich scheiße Ja Und die Opfer können halt Aus allen Lagern kommen Das ist die letzte Konsequenz des liberalen Gedankens Am Beispiel von Deponia Herzlich Willkommen Mein Name ist Pogi Poginson Meiner nicht Selten so dämliche Hüte gesehen Selten so dämliche Hüte gesehen Selten so dämliche Hüte gesehen Dann sprich doch mal mit diesen dämlichen Huttypen Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, hä, aufnimmt? Lothek meint Das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft Äh, eingegliedert werden Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe Neige ich zu Nagelbettentzündungen Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus Was? Das Mädchen gehört zu mir Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und Ach so Na dann Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen Echt? Ich mag Kaktuskuchen Aber keine Rosinen bitte Und ähm Ach so Mist Jetzt hab ich Hunger Im Ernst, lasst mich vor Hör mal, Rufus Das war eben kurzwitzig Jetzt ist es halb nervtötend Und halb traurig Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal Doktor Gizmo ist bei ihr Sie ist angeblich bewusstlos Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen Ich auch Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrore stapeln Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt Weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat Verstehe Und die Hosen kommen sicher von dem Typen Der vorher Abdeckplan hergestellt hat Richtig? Hey Die hat mir meine Frau genäht Oh Das eine schließt das andere jetzt nicht unbedingt aus Ich verschwinde Gut Hier haben wir noch eine wirklich wundervolle junge Dame Jedes Amt braucht eine gute Seele Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen Hallo Lotti Du Du auch noch? Herrje Was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Prinzessin wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist Es ist so typisch Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel Und verletzt sich schwer Schon Und schon wollen hier alle helfen Pfff Flätzchen Ich will zum Bürgermeister Das wollen alle Zieh dir eine Nummer Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst So ein Hammercharakter Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen Wenn seine Nummer dran ist Keine Ausnahmen Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62 Ich glaube das war Wenzel Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier Es geht der Reihe nach Und der nächste ist Wenzel Keine Ausnahmen Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte Also mich Heute ist es unmöglich Der Bürgermeister ist zur Zeit sehr beschäftigt Bin ich jetzt endlich dran? Nein Die Nummer 62 ist nach wie vor dran Wenzel Genau Wenzel Ich verschwinde Lass dich nicht aufhalten Die Post öffnet wieder um U-Uhr Um U-Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was Um 66 Uhr Das muss nicht gewartet werden Wie lustig Ich lach mich tot Stopp Das Postamt ist bis auf weiteres geschlossen Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt Dass es geöffnet hat Da ist aber keine Uhr Gut beobachtet Und jetzt? Weg von der Tür Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen Dann bist du hier falsch Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro Und da geht es heute der Reihe nach Also zieh eine Wartenummer Oder verschwinde! Ach so eine Herzlichkeit Goal Ich muss mit ihr reden Sie muss erfahren wer ihr Retter ist Erfahren wir es auch? Guck mal da ist wieder ein gutaussehender Mann Oh Frust Musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo Inspektor Gizmo Das heißt Doktor Gizmo Wie du weißt Erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation Und im Augenblick bin ich Arzt Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren Was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast Sie ist eine Bekannte von mir Ich wollte nach ihr sehen Ihr Name ist Goal Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir? Sehr amüsant Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert Nur zu Sieh nach deiner Bekannten Aber mach es kurz Das reicht jetzt aber Wie was? Genug Tagträume für heute Meine Patientin braucht Ruhe Das heißt Ich vermute einmal Ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon Aber Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo Ich habe einen Plan Tu der Welt eingefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat Äh, ja, klar, offensichtlich Naja, das machen wir schon Wie friedlich sie schläft Da hilft nur extra starker Kaffee Kaffee Moment Das ist ja gar kein Kaffee Das ist Kaffee Haag Hey, Gohl Go-ho-ho-ho-ho Aufwachen Sie schläft tief und fest Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor Tja, ich kenn mich halt aus mit Schlaf Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt Dr. Gizmo Was denn jetzt noch? Ein kleines Interview Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müssten sie erst einmal wach sein Dann wecken sie sie doch Das geht leider nicht so einfach Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert Nichts war stark genug Ich bräuchte irgendetwas noch viel heftigeres Etwas heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich Ich bin superheftig Ich werde sie retten Viel Glück Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal tausend? Ich arbeite dran Tu es bitte woanders Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr? Das würde ich ja gern Aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört Sogenannten Bekannten Das klingt lustig Können Sie das tausendmal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch tausendmal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert Ich will einen Notfall melden Ich höre Ich habe da dieses Zwicken im Rücken Ich empfehle Bettruhe Also, verschwinde Feuer Unmöglich Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du acht wurdest Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen Es gab einen Kuchen Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk Ich mich auch Unglaublich, was acht Kerzen alles anrichten können Diebstahl Unmöglich Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt Vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug Für getrennte Arztpaksen, Feuerwachen und Gendarmerien Sollte man zumindest meinen Seit deinem achten Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders Doch kein Notfall Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein Aber... Nein Menno Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet Vergeblich Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis Aber da lasse ich niemanden ran Das werden wir ja sehen Was war das? Zeit für mich zu gehen Das sage ich schon die ganze Zeit Danke fürs Gespräch Nichts zu danken, wirklich gar nichts Was haben wir denn hier noch so? Da ist nichts, da auch noch eine Uhr, die ist aber irgendwie kaputt Ein Türknopf, naja, den wollen wir mal nehmen Kartonagen Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist Keine Ahnung Offenbar bereitet man sich auf ein Fest vor Auf nimmer wie irgendwas Ruf Hä? Ah, okay Jetzt haben wir zumindest schon mal Luftballons Können wir die denn vielleicht mit der Nummer 66 benutzen? Wenn wir die umdrehen, dann haben wir eine 99 Und dann haben wir 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont Das muss nicht geduldet Meine Anziehungskraft ist stärker Ja, ich glaube auch Na gut Der wunderbare Mann dort oben links in der Ecke Der hat sicher auch noch ein paar Worte zu sagen Ja, das ist der Sitzungssaal Und hier ist natürlich wieder vor allen Dingen eine Glanzleistung von unserer Syndica Die Goal spielen musste Beziehungsweise eine unglaubliche darstellerische Leistung von Goal Die ich ja jetzt hier habe Und die vielleicht jetzt mal aus dem Nähkästchen erzählen kann Wie schwer es ihr hier gefallen ist Die Rolle der Sleeping Beauty Wie man ja im dramatischen Fachkreisen sagt Hier in diesen Raum zu transportieren Und damit halt auch diese unglaubliche Aura der großen Erwartungen zu erzeugen Die halt einfach komplett diese gesamte Szene beherrscht Ja Das hatte ich mir in der Tat etwas anders vorgestellt Mir wurde ja eine Hauptrolle versprochen Moment mal Das ist ja eine Hauptrolle Ich meine, das ist ja eine sehr wichtige zentrale Rolle Also ich habe so gut wie nichts gesprochen Ja, aber dafür gewirkt Also man merkt ja dieses Wirken im Raum der Sleeping Beauty Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle hier abbrechen Ich habe noch viel weitere spannende Fragen Aber ich möchte ja auch nicht zu viel vorweg nehmen Und deswegen vertragen wir das lieber auf einem späteren Screen Und entwickler Kommentar Ich möchte ja auch, dass ihr dran bleibt Und wir wollen jetzt auch nicht diese eben angesprochene Aura hier zerstören Mit zu viel dazwischen quasi Deswegen bis gleich Okay, dann lassen wir das einfach mal wirken Wie der wunderbare Porky das soeben gerade gesagt hat Einfach mal auf uns wirken lassen Die ganze Angelegenheit Und dann gehen Und gehen Und als nächstes in die Gasse Guckt mal, wen wir hier schon wieder haben Oh ja, das, was wir hier sehen Ist tatsächlich der erste Micha-Screen Das ist der erste Screen, den Micha gezeichnet hat Und man sieht es, wenn man ganz genau hinguckt Und ein bisschen kritisch sein will Sieht man auch, dass der vom Stil her teilweise Da schimmern teilweise noch Texturen durch Die er später so nicht mehr benutzt hat Oder wo er Sachen halt später ein bisschen anders gemacht hat Er hat den auch mehrfach überarbeitet Je tiefer wir halt uns in den Stil von Deponia eingearbeitet haben Desto mehr haben wir gesehen So, oh, ein bisschen anders wollen wir es doch machen Und ja, aber im Endeffekt sah auch schon die erste Version des Screens Das ist mit diesem Ergebnis hier sehr ähnlich Ich glaube, die Konturen waren da im ersten Entwurf noch ein bisschen weniger Also es war ein bisschen weniger cartoonig Und ein paar mehr gewagtere Texturen auf den einzelnen Objekten Genau, ich erinnere mich sehr gut, dass wir sehr lange Zeit Nur diesen Screen als fertigen Screen hatten Und halt auch dann immer in Präsentationen gezeigt haben Um halt mögliche Geldgeber für unser großes Projekt Deponia zu gewinnen Spielerisch passiert hier natürlich nicht allzu viel Weil es natürlich auch hauptsächlich ein Verteilerraum ist Der ein bisschen die Umgebung klärt Schön ist natürlich, Hanek sitzt unten links Was ein bisschen so zu der Mythologie der Müllscouts halt beiträgt Der Müllsucher Ich finde auch hervorragend Die ganzen Andeutungen und Geschichten über Hanek und seine Frau Die halt hier im Dialog später passieren Insbesondere, wenn man Items mit Hanek benutzt Und ich glaube, vor allen Dingen auch den Papageien und so weiter Da sind halt schon ein paar echt lustige Gags versteckt Doch insgesamt bin ich sehr zufrieden hier Dass wir so einen schönen Screen als erstes hatten Beim Verkaufen hat er uns allerdings nichts geholfen Also es hat trotzdem Jahre gedauert, bis wir eine Unterschrift hatten für Deponia Ich habe das gerade angeklickt, weil das sah so special aus Was ist das? Wir haben immerhin haben wir Eine kaputte Box gefunden Ja, eine kaputte Box, die muss man haben Was haben wir denn hier für Tipps? Oh, das ist ja Oh, das ist aber spannend Super schön Interessant Was ich ausprobieren möchte Ach, witzig Ich habe genau so ein Ding vorher im Schrott gefunden Haha, witzig, genau Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so Das wäre ja auch schön dämlich Die Teile findet man doch überall Nein, danke Ich bin im Dienst Was nennst du Dienst? Na klar Was dachtest du denn, was Dienst ist? Ich dachte immer, der Dienst sei so eine Art Kellergewölbe, in dem die arbeitende Bevölkerung Gartenzwerge aus Tofu bastelt Nicht? Ich lasse doch niemanden vor Ich stelle mich immer ganz vorne an So, naja Okay Freunde Das wäre es dann für diese Folge gewesen Ich bin stolz auf uns, dass wir diesen Koffer gefunden haben Eigentlich bin ich ja gut So ein Zeug finden Sammelobjekte finden Aber man muss halt wissen, nach was man suchen muss Und, äh, naja Vielleicht finden wir ja in den darauf folgenden Folgen Noch ein paar von diesen Sammelobjekten Bis zum nächsten Mal Tschüss